Mein Name ist Manuela Rottmann, ich bin Dezernentin für Umwelt und Gesundheit in der Stadt Frankfurt am Main. Wir nehmen teil am Konvent der Bürgermeister, weil wir gelernt haben, dass es wichtig ist, Partner zu haben, voneinander zu lernen, auf allen Ebenen, auf der lokalen Ebene genauso wie auf der europäischen Ebene. Und all das bietet der Konvent der Bürgermeister.